So Büros herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal eine Massenzündung von den schönen Junior-Jegos. Da seht ihr noch altes Warnzeichen von VEGO. Da haben wir insgesamt 25 Stück. Das ganze verbunden mit Tape Match, damit die auch alle schön gleichmäßig zünden. Und das soll auf jeden Fall eine schöne Front werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Zündung. Viel Spaß. Zündung 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 Outro